Vor einer Woche fanden die TUX-Tage 2021 statt. Ich muss sagen, es war ein tolles Ereignis. Wir haben super, super viele Vorträge gehabt, alles mögliche Diskussionen, Talks, Workshops. Ich muss sagen, ja, war eine richtig, richtig tolle Veranstaltung da. Nochmal herzlichen Dank an jeden, der da in irgendeiner Weise mitgewirkt hat. Ja, alle Aufzeichnungen sind jetzt auch online. Könnt ihr hier entweder im Archiv unter 2021 oder momentan noch im Programm finden. Aber ja, ich verlinke euch das auch und dann könnt ihr da mal alle Aufzeichnungen durchstöbern. Waren wirklich tolle, tolle Sachen dabei. Und was unter anderem auch dabei war, war der Linux Desktop Design Award. Gewonnen hat ein sehr, sehr schöner Desktop, finde ich, mit einem KDE Desktop. Ich habe jetzt hier ein Kubuntu. Die Person, die das eingereicht hat, hat sie Darkchimp verwendet. Ich habe das jetzt auch nochmal eingerichtet. Aber es war mir zu blöd, es hat dann nicht mehr funktioniert. Habe ich gesagt, gut, schnappse den Kubuntu schnell. Da funktioniert das jedenfalls ziemlich genauso. Hauptsache, ihr braucht ein KDE Desktop. Und ja, ich starte jetzt hier von diesem Standpunkt aus, ist noch ziemlich Standard KDE. Von daher, ich denke, wird euch das allen vertraut vorkommen. Ich würde sagen, starten wir direkt los. Am Anfang brauchen wir natürlich das Hintergrundbild. Dazu brauchen wir nochmal schnell unseren Browser. Der Link ist natürlich in der Videobeschreibung. Das ist hier dieses hübsche Bild mit dem Schmetterling. Ich wähle einfach mal Download aus. Und in meinem Fall habe ich hier nur ein Full-HD-Desktop. Das reicht, falls ihr einen 4K-Monitor habt. Dann solltet ihr natürlich den unteren Link hier wählen. Und ich speichere mir das Ganze einfach mal ab. Und zack, dann können wir das Ganze auch schon schließen. Mehr brauchen wir nicht herunterzuladen über den Webbrowser. Dann gehen wir auf unseren Dateimanager, wählen hier einmal Downloads aus und tun das ganze Bild direkt hier beispielsweise meinen Bilder kopieren. So, könnt ihr noch schön benennen, wenn ihr wollt. Ich lasse das jetzt in meinem Fall so und ich wähle Rechtsklick drauf aus. Und wir wählen Arbeitsfläche und Hintergrundbild einrichten aus, direkt aufs obere. Und dann wähle ich einmal Bild hinzufügen aus und wir wählen hier den Spaß aus und wählen Öffnen aus. Und dann müssen wir das ganz oben nur einmal noch mal kurz auswählen, auf Anwenden drücken und auf OK klicken. So, wunderbar. Das Hintergrundbild steht schon. Damit hat man schon ziemlich viel geschafft. Ich gehe jetzt nochmal hier schnell in dieses Dem-Einstellungen. Unter Schnell-Einstellungen hier direkt, wenn wir die System-Einstellungen öffnen, können wir hier einmal das dunkle Design aktivieren. Ich wähle hier einmal unten Anwenden aus und zack, haben wir das Ganze auch schon dunkel. Damit hätten wir das schon einmal erledigt. Dann müssen wir noch unter Erscheinungsbild die Schriftarten einstellen. Ich habe jetzt hier einfach mal Schrift quasi eingegeben. Dann finden wir das Ganze hier und ich wähle einmal alle Schriftarten anpassen aus. Und wähle hier einmal als Font. Den müssen wir anwählen. Und wir scrollen ein bisschen runter, bis wir den Font Ubuntu sehen. Hier haben wir ihn, das ganz normale Ubuntu hier. Und Size vielleicht direkt mal auf 9 hier ändern. Und ich wähle einmal OK aus. Und jetzt sind hier alle auf 9 bzw. ein bisschen runter geregelt worden. Und dann passt es soweit. Und ich wähle hier einmal Anwenden aus. Zack und ja, dann haben wir unsere Schriftart jetzt auch schon angepasst. Als nächstes müssen wir unsere Leiste, die ist tatsächlich schon ziemlich genauso eingerichtet wie auf der Einsendung. Die müssen wir nur nach oben verschieben. Das können wir ganz einfach machen, indem ich hier rechtsklick auf die Leiste klicke und einmal Kontrollleiste bearbeiten auswähle. Und dann können wir hier einmal mit unter diesem Button hier die Leiste hier ganz einfach nach oben schieben. Und dann müssen wir sie noch ein bisschen kleiner machen. Ich habe mich jetzt hier für eine Höhe von 36 entschieden. Ich glaube, das kommt ganz gut oder 32. Ich glaube, machen wir mal 32, genau. Die ist ein bisschen kleiner als diese Standardleiste. Aber ja, dann haben wir das soweit. Und dann können wir das schließen. Und hier auch nochmal schließen. Und ja, dann haben wir schon die Leiste oben so ziemlich eingerichtet. Jetzt müssen wir noch rechts einmal dieses Stock hinzufügen. Das machen wir in der Anwendungsverwaltung bzw. auf Kubuntu oder bei den meisten KDE-Distros ist das hier mit Discover gemacht. Wir öffnen einfach mal Discover und suchen hier oben einfach mal nach Latte, heißt das. So, hier haben wir es. Und dieses Programm müsst ihr hier installieren. Latte heißt es. Ich habe das jetzt in meinem Fall schon installiert. Ansonsten wählt hier einfach Installieren aus. Und wenn ihr das soweit habt, dann können wir im Menü schon direkt nach Latte suchen. Und das starten wir jetzt einfach mal. Und das dauert einen Momentchen. Nicht wundern. So, nach kurzer Zeit haben wir hier unser Latte-Doc. Und das müssen wir jetzt noch richtig einrichten. Ich wähle mal Rechtsklick drauf aus und wähle einmal Latte einrichten. Hoffe ich einfach mal, dass es ist. Was ihr hier schon mal einstellen könnt ist, automatisch beim Anmelden starten ist in meinem Fall jetzt sofort ausgewählt. Hier könnt ihr das Verhalten eben starten in den Einstellungen. Ansonsten gehen wir mal in den Profileditor und gehen hier unten einmal auf Docs, Panels. Das wählen wir aus. Und dann können wir hier einmal unser Default-Doc auswählen, wo das Ganze erscheinen soll. Dafür gehe ich jetzt hier einmal rein. Doppelklick das Ganze und wähle jetzt hier einmal die Position rechts aus und wähle jetzt anwenden aus. Und da ist es auch schon auf der Seite. Dann können wir das hier Ganze schließen. Dann können wir das Fenster hier auch schon schließen und wir wählen Rechtsklick auf das Doc aus und wir wählen Edit Doc aus. So, das dauert wieder ein Momentchen und dann können wir hier alles so ziemlich schön einstellen. Ich wähle hier mal direkt erweitert oben aus, dann können wir da mehr einstellen und jetzt können wir hier so ziemlich alles einstellen. Okay, also hier müssen wir gar nicht so viel einstellen. Ihr könnt Verzögerungen ausblenden, alles dies mögliche einstellen. Die Uhr hier, die ist jetzt auf der Einreichung nicht mehr vorhanden. Ich muss sagen, ich finde sie auch gar nicht so schick. Die kann man mit einem Rechtsklick hier in diesem Bearbeitungsmodus entfernen, mit analoge Uhr entfernen. Dann haben wir das Ganze auch schon und dann gehen wir mal zum Erscheinungsbild, was auf jeden Fall wichtig ist. Und wir haben hier eine ziemlich große Vergrößerung und das sieht gar nicht so toll aus. Ich habe jetzt mich hier für eine Vergrößerung von 5% entschieden und die absolute Größe habe ich mal auf 40 Pixel gesetzt. Hier haben wir sie und dann ist das Ganze schon mal ein bisschen kleiner und ich finde, ja, lässt sich viel, viel besser mitarbeiten. Je nachdem, könnt ihr das aber natürlich so einstellen, wie ihr wollt. Länge 100% passt soweit. Ränder, Dicke 20% ist auch okay. Was wir hier aber nochmal unten umstellen müssen, ist einmal beim Hintergrund können wir die Größe einstellen. 19% passt, aber die Deckkraft, die muss runter. Die habe ich jetzt hier einfach mal auf 20% gesetzt und dann sehen wir das hier noch ganz, ganz wenig so ein bisschen. Ja, so ist das auch in dem fertigen Bild. Wenn wir dann auf Effekte gehen, können wir dann hier bei den Indikatoren verschiedene Einstellungen tätigen. In meinem Fall kann ich euch beispielsweise, also auf dem Bild sind es Linien, das hat bei mir hier aber nicht richtig funktioniert. Ja, von daher würde ich das jetzt an der Stelle einfach mal ignorieren. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Können natürlich noch verschiedene Indikatoren installieren und da, ja, das ist unglaublich, was man mit Latte hier machen kann. Aber, ja, ich denke, das passt soweit. Dann könnte ich hier auch noch verschiedene Sachen einstellen, wie Anwendungen gehandhabt werden sollen. Da habe ich jetzt soweit alles auf dem Standard gelassen und so, dass wir jetzt am Ende schließen klicken können. Und dann haben wir hier schon mal unsere Leiste. Jetzt sollten wir hier noch verschiedene Anwendungen hinzufügen. Da ist natürlich auf der Einreichung viel, viel, viel mehr. Ja, ich habe jetzt hier mal nur die Standard-Anwendungen reingenommen, die, ja, ich sage mal hier auch noch vorinstalliert sind. Das wäre am Anfang der Firefox. Dann hier haben wir einmal den Dolphin, das passt auch soweit. Dann brauchen wir als nächstes den Thunderbird. Wir müssen leider jede Anwendung einmal dafür starten. Das dauert ein Momentchen. Und dann können wir hier Rechtsklick auf das Icon machen und sagen Pin Launcher. Und dann ist es da jetzt auch mit dran. Wunderbar. Dann haben wir hier einmal den Thunderbird. Dann brauchen wir noch einmal unseren Terminal. Das öffne ich jetzt auch mal ganz schnell hier. Konsole. Wähle Rechtsklick. Pin Launcher aus. Fertig. Und am Ende dann einmal den Monitor, den Systemmonitor. Und ich muss sagen, der neue Monitor unter KDE sieht echt sehr, sehr cool aus. Respekt dafür. Wie gesagt, hier haben wir Pin Launcher. Fertig. Und dann passt es hier auch. Gut, so wäre das jetzt nachgebaut. Was ich da jetzt vielleicht noch persönlich hinzufügen würde, ist beispielsweise der LibreOffice Writer. Oder das normale LibreOffice. Ich wähle hier einmal den Writer aus. Kann man hier auch nochmal starten. Und ja, das Dock blendet sich natürlich automatisch aus. Wenn wir hier mit der Maus natürlich rechts rausgehen, dann findet man das Dock wieder. Und jetzt können wir hier auch sagen Pin Launcher. Und das vielleicht irgendwie so, ja, nach Thunderbird ziehen. Beispielsweise so. Ja, das wäre es dazu gewesen. Dann am Ende hat das Screenshot noch eine schöne, ich sag mal Systeminfo gezeigt. Wo ihr jetzt auch nochmal alles so ein bisschen, ja, anschauen könnt. Was da jetzt alles drauf ist und wie das drauf ist. Und das Programm dafür heißt einmal NeoFetch. Ja, den Befehl müsst ihr dazu eingeben. Oder halt eben auch im Discover installieren, ganz easy. Und dann könnt ihr im Terminal ganz einfach hier NeoFetch eingeben. Und dann habt ihr hier auch so eine coole Info, was es alles mögliche gibt. Ja, so sieht der Gewinner diesen Jahres aus. Der Gewinner aus dem letzten Jahr hat auch einen sehr, sehr schönen Desktop gehabt. Ich blende euch den mal hier ein. Ich verlinke euch das Video auch gerne in der Endcard. Falls ihr das Design mal nachbauen wollt, dann bedanke ich mich jetzt ganz, ganz herzlich fürs Zusehen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, euch eine schöne Zeit. Ciao. 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 Ciao.